ja okay ich habe einfach weiter also ich versuche mich zu beilen ich muss nur schnell finden natürlich habe ich es auch noch an alles super ich wollte eigentlich komplett ohne schied spielen also mit platte morgo heißt ja nur teilweise so select save database so und so sieht das spiel aus wenn ihr gerade steht es bleibt einfach stehen beziehungsweise ich mache noch die gtb an sich aus dauert nicht mehr lange so und position zu gehen so es geht weiter war diese sommeran meine fresse tut mir leid tut mir leid so kann ich nicht spielen ja in verarscht ich habe den schied aus und trotzdem kommt das ich habe vergessen ja auszuhalten also wir spielen diese aufnahme mit morgo und aber keiner weg gut so seht ihr wieviel wie doll das blut spritzt wenn ein farbball ein geatrone trifft das ist doch einfach nicht normal also hör auf rum zu springen ich will dich töten hey getroffen muhahaha los sony wirf eine bombe und triff so das war ein geatrone ich habe jetzt schon mehr gelabert als der geatrone lang war nein also ich habe zwölf fast 13 minuten gebraucht wenn ich mich richtig erinnere um eine quest anzunehmen und habe danach nicht einmal fünf bin also ich sehe immer nur die zeit um es schätzen sagen wir mal sechs benötigt so und habe vier und neun vier minuten und neun sekunden gebraucht um den dann zu töten das ist doch schon schön sieht er mal wie gut schön ist und dass ich das fahren also dass ich fahren wirklich lohnt weil man dann ordentliche Waffenrüstung hat wenn ich gerade etwas verschnupft wäre hey und er liebt genau ich wollte mich auch noch entschuldigen eigentlich wollte ich ja äh tauschen eigentlich wollte ich ja mehr oder minder äh jeden tag also jeden zweiten tag ein video rausbringen das schleift in letzter zeit das lag hauptsächlich an der schule und daran dass ich nicht nur let's plays mache sondern dann sind wir wenig sondern auch noch ähm ein bisschen äh andere sachen also ich spiele auch noch andere spiele und kann ich den ganzen tag rendern bei meinem computer dauert das wirklich stunden eigentlich wollte ich auch schon gestern video hochladen also und das ist mir aufgefallen verdammt ich habe keine mehr ähm deswegen mache ich jetzt auch die aufnahme also ich habe noch eins aber das ist nur halb fertig das war hier der rest von blankonga und jetzt will ich das wollte ich ja das reden noch mit reinbringen und so weiter und jetzt habe ich jeden faden verloren ich guck erstmal ob ich es jetzt verbessern kann natürlich nicht 3 clown tue ich euch das an tue ich es euch an tue ich es euch an ja ich ich tue es euch an äh hineinlegen komisch dass auf einmal alles weg ist voll gerade eben waren wir voll so es dauert dann nicht mehr lange ähm ich muss nur gucken so gearbray schuppe die hatten wir vorhin zu bekommen konntest aber nicht mit reinnehmen was war sie noch nein auf keinen fall naja ok ähm ich werde eine gearbray schuppe merken gearbray schuppe gearbray schuppe gearbray schuppe und noch 3 Giatromo Klauen Giatromo Klauen Giatromo Klauen Giatromo Klauen so und diesmal wird ich in Frankreich bekommen mehr ich werde versuchen zu fangen von hier so wie gesagt ich mache mit euch jede Frankfest ähm ich mache es dann so wie Kronk also wer erkennt wieder äh ja so äh ich werde ganz einfach ich hab die Tasse gedrückt nein äh ich werde ne es geht nicht weil ich immer konvertiere und dann hochladen ich wollte so eine Part Anzahl machen aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen also Giatrome fahren oder fahren für das und das Part so und so aber das wird nicht bin ich mir schon ziemlich sicher da wie gesagt ich ich rendere und lade es dann gleich hoch weil ich sonst nie welch hochladen würde sozusagen aber ich rendere und lade am nächsten Tag hoch weil bei mir manche Videos wirklich 4 Stunden rendern und das ist also bei meinem Computer Steam hat eine bessere und da geht es schneller aber ja ich halt eben nicht das ist doofe ich habe Probleme beim Rendern und eher beim Hochladen das ist super äh so Eisgestall haben wir erstmal genug haben wir genug Eisgestall eigentlich könnte es nicht schaden erstmal Farm also erstmal Monster so und auf jeden Fall wegstecken und ganz schnell ausschneiden Schuppe sehr schön haben wir das auch geklärt ich sammle vorsichtshalb noch ein bisschen mehr damit ich schön wegfliegen kann oh wie gesagt ich habe jedes Lied rein gemacht das hier musste ich mal äh habe ich mir gezogen weil ich es mal singen musste hab nur eins drauf bekommen stürm endlich also es ist von Puttys Lebenszeit falls ihr es hört hey da ist ja unser nein da ist unser Allgeliebter kommt der mir groß vor oder ist das wirklich oder habe ich meine Perspektive geändert stehen bleiben ja Drachenangriff von Tony einmal zusammen gezuckt wisst ihr wie die Gearbrace nerven hey Tony sehr schön allerdings treffe ich nicht nein ich wollte noch fangen verdammte Achse Mensch Tony kannst du mich einfach so die Tour vermiesen verdammt okay uns fehlen jetzt noch zwei eine Gear Trommelklaue komm schon hier brauch ich eine Belohnung bist du tot ja lebst du noch ja ah ok wieso wurde ich gerade nicht getroffen komisch naja 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 so weh jetzt ist Quest Bennett gut noch eine GearBash dann ähm also Donnerwaffen wären auch schön gewesen aber Momentan können wir uns glaube ich einfach noch keine bauen wenn ich mich recht entsinne jetzt wollte ich noch zu den Eiskristallen naja gut so ich bleib mal schön im Schatten stehen Schatten in der Höhle ja das ist das Bild und wir haben eine Klaue yeah Schwein gehabt so und bisschen Geld auch schön bisschen Gegenpunkte neues längstes der war wirklich größer nicht unten umwerfend aber etwas so